Bist ja ganz schön angegangen, Mr. Aphelphosmorphobi. Tja, mein Glückwunsch, du hast das Spiel gewonnen, aber gar nichts aufgehalten. Also, mach nur. Fragile. Ich hab wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich bin fragile, aber ich bin nicht so fragil. Dieses Mal bist du derjenige, der zerbricht. Ist das so? Ich denke, du wirst merken, dass unser Band stärker ist. Mehr Kraft, verdammt! Oh, was ist das? Du bist ja schon zerbrochen. Was zum Teufel? Ich bin nix. Ich bin das Gottesteilchen, das die gesamte Existenz durchdringt. Was bist du? Schätzchen, du bist bloß beschädigte Ware. Du bist die beschädigte Ware. Ich bin das Gottesteilchen. Ich bin das Gottesteilchen. Ich bin das Gottesteilchen. Warum hast du so lange gebraucht? Nimm das als Zeichen. Nimm sie mit. Sag denen mit lebenslänglichem Bodensyndrom, was passiert, wenn man eine Maske aufsetzt. Nein. Behalte sie. Sie sollten das besser von der Frau selbst hören. Und noch etwas. Dein Kleines. Ich hab es mir als Ausrüstung vorgestellt und hergebracht. Würdest du? Ich hasse Babysitten. Wohin soll ich dich schicken? Zurück nach Osten? Er braucht deine Hilfe nicht. Er hat das chirale Netzwerk. Und er hat mich. Wir springen zusammen nach Osten. Der Glückliche. Wir wissen zu schätzen, was du für uns getan hast. Echt? Aber wir kommen zurecht. Außerdem braucht man dich bestimmt bei Fragile Express. Ja. Wer könnte die kaputten Teile besser aufspüren und wieder zusammenfügen? Mit weniger als Perfektion wäre ich niemals zufrieden. Fragile? Wir sind quitt. Wir schulden uns nichts. Es gibt nichts mehr zu sagen. Bis dann, Sam. Komm schon. Gehen wir. Wir haben noch zu tun. Glaubst du noch an mich? Auch ohne Higgs bin ich noch eine Zeitbombe. Ich kann alles beenden. Einfach so. Aber was ich will, was ich immer wollte, war ein Teil davon zu sein. Das, dass wir alle eins sind. Was? Sag mir die Wahrheit. Geht's hier um dich oder um Bridget? Es geht um unser Land. Unsere Zukunft. Das ist die Wahrheit. Es gibt etwas, das du wissen musst, Sam. Als du im Osten warst, hab ich dich von hier aus besucht. Was? Du hast gelogen? Scheiße. Weißt du, was ich anstellen muss, um herzukommen? Du wärst sonst nicht gekommen, Sam. Du hattest kein Interesse an Amerika oder Bridges. Aber eine Sache war dir nicht gleichgültig. Etwas, für das du bereit warst, einen Kontinent zu überqueren. Ein Grund für den Aufbau der OCR. Es war Die Hard Man's Idee. Großartig. Also bin ich Mario und du Prinzessin Peach. Du hast recht. Dieses Land war mir immer scheißegal. Aber ich habe zu absolut nichts eine Bindung. Nur zu dir. Tut mir leid, Sam. Aber am Ende hat es funktioniert. Ich schätze, das hat sich erledigt. Ich weiß, dass du Fragen hast, aber können wir das verschieben? Auf später? Na klar. Gehen wir nach Hause. Wie stellen wir das an? Springen wir wie Fragile? Nein. Wir nutzen den Strand. Wir rennen zusammen. Rennen? Ja. Wie Mario und die Prinzessin am Strand. envision Abbott. Die Verhauten ? Amen. Father here, okay? Uh-uh. Presidentin Bridget Strand, du hast mich also endlich an den Strand eingeladen. Erinnerst du dich? Es ist dieselbe Waffe. Und jetzt bringe ich mit ihr die Dinge in Ordnung. Du solltest die Welt wieder vereinen. Und nicht kaputt machen. Also schön. Dann tu es. Es gibt keine Sühne. Nicht für uns. Oh. Oh. Komm mal bitte. Äh. Nein. Unmöglich. Doh. Ist es wirklich du? John? Ja. Ich bin es. John. Weißt du noch? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Gib mir mal ein Bibi wieder. Du suchst hier am falschen Ort. Bibi! Bibi! Amalie. Bibi! Selic! Go!